mein moin und so ganz herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin es euer die und wir befinden uns hier in league of legends wir wollen heute mal so ein kleines loot opening machen elf master work chest und wir schauen einfach mal was drin ist ich habe ein bisschen was spendiert damit wir einfach mal schauen können was befindet sich wirklich in diesem masterwork chest lohnt es sich diese zu farmen oder zu kaufen und ja jetzt wünsche ich euch viel spaß und wir fangen direkt an mit der ersten masterwork chest bad center vega richtig geiler skill leider natürlich nur ein schad doch wir haben ja auch noch ein paar raushalm essenzen ist fast sogar der geilste skin für vega würde ich mal sagen denn dort wirft er mit geschenken wenn er sich backportet springt er in einen kamin rein richtig richtig nice ok die nächste truhe was befindet sich hier drin barbecue leona skin shirt ja es ist nicht der geilste skin passt natürlich gut zu mir als koch aber gibt schöneres aber hey besser als gar nix ok die nächste truhe heart seeker ward leider auch wieder nur ein skin shirt und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich ist jetzt nicht unbedingt der ward skin den ich bevorzuge aber in ordnung und 150 rohrschwabende essenzen sehr sehr nice weiter geht's nächste truhe 525 rohrschwabende essenzen pauts das ist richtig richtig geil damit können wir ordentlich was anstellen add to loot und wir haben jetzt 1603 mega ok die nächste vindicator waden ja und zeug ich jetzt nicht unbedingt ich will ich vielleicht nach mal wenn ich mit den supporten durch bin mal adc zu zeugten doch wenn steht jetzt eigentlich nicht unbedingt auf meiner liste aber besser als gar nichts weiter geht's was haben wir denn die nächste truhe es tut sich nichts 525 rohrschwabende essenzen mega nice also hier können wir uns dann ordentlich was holen mit 2128 rohrschwabende essenzen und die nächste truhe lion dance kogmao ja ok ist ein epic skin shirt richtig geil zock ich leider nur nicht schade ein epischer skin shirt sehr sehr sexy ok irgendwas geiles noch hier look familiar oh ein geiler emote von pike sehr sehr cool wird natürlich sofort dann hinzugefügt deep tsunami epic skin shirt richtig cool ich glaube den hole ich mir danach sogar add to loot und ein gemstone pauts das einzige der einzige nachteil ist ich habe mir gestern alles angeschaut was für gemstones bekommen kann und hier findet sie nicht so viel doch hier könnten wir theoretisch theoretisch noch mal eine masterwork chest und ein schluss raus bekommen ihr seht ja auch schon was man bekommen kann wardskinschart skinschart orangefarben essenzen emote emote haben wir bereits bekommen skinschart haben wir bekommen wardskin also wir haben alles aus der ersten reihe bekommen und ein gemstone unten aus der reihe richtig cool weiter geht's jo das können wir jetzt auch mal entfernen blood moon twisted fade zocke ich leider nicht aber ich würde nur sagen das hier ist einer der geilsten skins den man für twisted fade bekommen kann sieht richtig cool aus ok und die letzte truhe die finale truhe void bringer elawi ein epischer skin finde ich richtig cool das auge hier sieht aus wie von einem fisken doch ja zocke ich leider auch nicht doch auf jeden fall werden wir uns jetzt diesen namys skin holen wo haben wir sie denn ja aber wo haben wir sie namen 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 nein das ist nicht namen abmelden habe ich achso ich dachte jetzt schon hier haben wir namen 1050 und ich würde sagen upgrade to skin permanent upgrade richtig chillig deep scene namen haben wir jetzt als skin sieht bestimmt mir egal aus wir werden natürlich gleich mal bei den skins vorbeischauen hat schon style also auf jeden fall werdet ihr in einem der nächsten videos diesen skin hier bei mir sehen wenn ich mit namen zocke doch jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen tag danke fürs zuschauen und wir sehen uns bis dann ich ich ich